was ist denn zuletzt passiert was zuletzt passiert ist also ich war ganz stolz drauf dass ich endlich meine glücksspitzhacke habe ich wollte ja nur noch mal hören mit demjenigen ja mal richtig eine rein hauen doch woher zombie soll ich irgendwas bringen ich hab nix danke für den support ja alles gut ich krieg's hin was bist denn du für ein volltrottel du zombie ja nice aber ihr seid ja alle sehen gibt es auch eine gute musik in minecraft ich glaube nicht dass es was gutes gibt kann mit doch bewohner und davon ist ein coole häuser ja die sind nicht cool aber ich sage den job kommen 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 ich gebe den job kommen ja ich habe einen anderen dorfbewohner für dich ich schwöre der ist voll schnuckelig mit dem kannst du kinder machen das ist ein ganz süßer riecht so ein bisschen merkwürdig aber er kann lieben wie ein bilder das weißt du woher das wäre ausgelaufen also das ist ein gutes angebot das ist entladung du alter du verdammter idiot brauchst du eine uhr ich habe eine uhr eigentlich ich habe jetzt sechs warum oh mein gott was ist das scheiße oh gott ich werde sterben ich werde sterben ich sterbe hilfe ich weiß es nicht ich bin tot ich könnte angeln bis ich level 30 bin das level hast du 27 viel spaß ich habe gerade verstanden du spaß sowas werde ich niemals sagen das ist so gelogen das weiß ich selber ich gehe in die nefer kann man was helfe ja das ist cool alter aua der tütert auf jetzt aua jetzt hör auf damit ähm ähm was ist denn das für eine scheiße hier ich dachte wenn ich mich geradeaus weiterbuddel komme ich an einen cooleren ort der ist ja noch behinderer was ist das denn hier das sieht hier voll kacke aus what the fuck oh je oh je rennt er jetzt mit deinem schwert rum mit deinem schild mit deinem schild nein hast du auch wieder eine falsche pompe sooo Oooooooohhhh! Kann man das doch von oben verlassen? Oh, geht's schon mal! Was? BAM! Glück 3! Aber du hast deine geliebte Hacke wieder. Ja, das heißt, ich renne jetzt gleich in meine Mine. Weil in meiner Mine habe ich schon ganz viel Diamanten freigelegt. Glauben, ich will wenigstens noch einen Diamant finden. Erst dann höre ich auf zu... Ist das eine Höhle? Äh, ähm, fuck. Hier habe ich jetzt das abgebaut, das nennt sie Sporenblüte. Was ist das? Hä, was ist das? Das geht nicht ab. Keine Ahnung, Alter. Jetzt habe ich ein kleines Tropfblatt gefunden. Das sieht so cool aus. Diese kleinen Bäumchen da gefallen mir so gut. Oooooooohhhh! Das sieht sick aus. Okay, irgendwie ist es dumm, aber irgendwie ist es auch witzig. Das lasse ich. Die Reflektion zieht... Au! Oh Gott! Was? So, komm! Bam! Au, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Jetzt verzaubere ich ne random Schaufel und krieg direkt Glück 3 drauf. Ich arschgefickte Suppenhuhn! Das ist doch... Und ich würde das tun, was ich auf der Seite bekomme. Das ist doch so... Und ich würde das tun, das muss ich jetzt auszutreten! Das muss man sich jetzt auszutreten, weil ich nicht rauskam. Das ist so, wie ich das auszutreten würde. Und ich würde das tun, was du auf der Seite bekommst. Darf ich in einer Hühnerfarm was probieren? Die explodieren gleich alle, oder? Ja! Wie viele Eier besitzt du? Gar nix wahrscheinlich. Gar ne Eier von Null. Ja, das wird einfach nix angezeigt. Hu! 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 Bin ich erschrocken, ok? Ich bin männlich. Alter! Ja doch, bist gefickt. Was machen die da? Freun sich! Unüberschaubares Chaos. Stapelweise Kartons und Dreck. Nur ganz schmale Gänge verbleiben zwischen Tonnen von Müll. Dr. Zeck. Hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ah! Die gehen wieder kaputt. Guck mal. Guck mal. Und wir machen die Sachen weg. Ja. Nichts zu sehen oder zu riechen von der Müllhalde, die hier noch vor wenigen Tagen den Ton angab. Äh. Sieht besser aus als vorher, aber ist halt immer noch ziemlich wack. Äh. Passt schon. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.